Hey und Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. In wenigen Tagen bzw. in der Woche ist es soweit. Da sehen wir die nächste iPhone-Generation. Da ist das Apple-Event. Jetzt in diesem Video gibt es nochmal die aktuellsten Leaks und Gerüchte dazu. Und auch nochmal die finalen Unterschiede zwischen der iPhone 15er und iPhone 16er Serie. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und falls du noch kein Abonnent von meinem Kanal bist, würde es mich einfach ungemein freuen, wenn du jetzt kostenlos auf Abonnieren drückst, dann wachsen wir hier gemeinsam. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen und bist du natürlich hier auch immer auf dem neuesten Stand. Also, hast du abonniert? Jetzt? Danke dir auf jeden Fall. Ist natürlich kein Muss, aber würde mich freuen. Und jetzt geht's los mit dem Video. Ja, vor ein paar Tagen hat Apple nun die nächste iPhone-Keynote angekündigt mit dem Namen It's Glow Time. So sieht die Einladung hier nochmal aus. Erinnert natürlich stark irgendwie an Apple Intelligence, an das neue Siri, an die Funktionen. Und ja, falls du noch mehr aus dieser Einladung heraus interpretieren könnt, lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht ist ja da noch ein oder anderer Hinweis mit dabei. Das Event findet statt am 9. September um 19 Uhr deutscher Zeit. Es gibt auch schon den YouTube-Livestream-Reminder. Packe ich euch gerne mal unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Event dann anschauen, wenn es online ist. Wie gesagt, am 9. September ist es soweit. Laut aktuellsten Gerüchten ist die iPhone-Keynote auch bereits im Kasten. Also aufgenommen, pre-recorded in diesem Jahr natürlich wieder, sodass dann auf der Keynote selbst auch nichts schief gehen kann. Und wir kriegen dann auch wieder diese coolen Animationen, diese coolen Übergänge. Darauf freue ich mich persönlich auch schon sehr drauf. Und dann ist vor wenigen Stunden auch nochmal dieses Bild aufgetaucht, welches die vermeintliche neue iPhone-Goldfarbe der 16 Pro Serie zeigen soll. Also eine goldene Option soll jetzt dazukommen. Da gab es noch so ein paar Gerüchte, ob es mehr in die Bronze-Richtung geht oder Rosé-Gold. Aber jetzt scheint es doch wohl ein sehr heller Goldton zu sein. Zumindest hat das 9to5-Mac gepostet. Und die Quelle, die das Bild gepostet hat, die hat auch damals das Natural Titanium gepostet. Ein paar Infos dazu. Deswegen könnte es also auch schon relativ zutreffend sein, dass das hier auch die finale Goldfarbe ist. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal auf die Unterschiede der iPhone 15er zur iPhone 16er Serie rein. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal im Detail an, besprechen darüber so ein bisschen. Und dann würde ich sagen, starten wir natürlich erstmal mit der iPhone 16er Serie. Und sie betiteln das Ganze hier mit 16 neuen Changes. Und da haben wir natürlich erstmal das Gewicht. Denn das neue iPhone wird so ein paar Gramm schwerer. Es ist wirklich nur ganz, ganz minimal. Weil es sind zwei Gramm, das ist nichts Wildes. Das merkt man überhaupt gar nicht. Aber weiter geht es beim Designer. Wir bekommen natürlich neue Farben. Und das sind zum einen, ja, ich finde die Farben schöner. Das sind einfach ein bisschen mehr sattere Farben. Nicht so diese Pastellfarben wie vom iPhone 15. Gerade dieses Blau und Grün, muss ich sagen, gefällt mir vom 16er wirklich richtig gut. Und wir bekommen den neuen Action-Button auch bei der 16er Serie. Den gibt es ja aktuell schon bei den Pro-Modellen von 15 Pro und 15 Pro Max. Da kann man einfach so ein paar weitere Einstellungen drauflegen. Ich habe zum Beispiel eingestellt, dass ich darüber ein paar Tesla-Funktionen habe. Aber man kann die Kamera öffnen, Taschenleiter öffnen, whatever. Da gibt es sehr, sehr viele Funktionen. Und in 1.18 kommt noch deutlich mehr dazu. Und beim Display bekommt man auch ein helleres Display. Da bin ich mir persönlich jetzt nicht sicher, ob dieses MLA-OLED-Display auch bei der normalen 16er-Generation kommen soll. Oder nur bei den Pro-Modellen. Da lassen wir uns so ein bisschen überraschen. Ist auch energieeffizienter. Ebenfalls, wie gesagt, ein bisschen heller. Also mal schauen, was da jetzt Phase ist. Aber bei der Kamera gibt es natürlich auch noch ein Update. Und zwar sind die jetzt untereinander angeordnet. Nicht mehr diagonal wie vorher. Und bei der Ultraweitwinkelkamera wird die Blende von einer f2.4 auf eine f2.2 höchstwahrscheinlich geändert. Ist wirklich nur minimal. Aber ja, weiter geht es dann natürlich mit dem Spatial-Video-Feature. Eben aufgrund der untereinander angeordneten Kamera kann man ein Spatial-Video aufnehmen. Das ist so ein 3D-Video, welches man auf der Apple Vision Pro anschauen kann. Aber was auch ganz cool ist, finde ich, dass die Makro-Fotografie auch aufs normale iPhone 16 Einzug erhält. Ist ganz cool. Nutzt man, würde ich sagen, relativ selten. Aber kann man dann auch mit dem normalen iPhone 16er-Modell machen. Spannender finde ich dann auf jeden Fall die Prozessor-Geschichte. Denn in diesem Jahr soll es so sein, dass alle Modelle denselben A18-Chip bzw. die Architektur bekommen. Das Pro-Modell ist noch so ein bisschen anders, kommen wir gleich zu. Und soll da nicht groß abgespeckter sein wie im letzten Jahr. Da hatten wir einen schlechteren Chip. Und in diesem Jahr, wie gesagt, den A18-Chip. Und auch randmäßig soll man hier 8 GB bekommen, statt wie vorher 6 GB. Und Wi-Fi 6E soll Einzug erhalten, statt wie vorher Wi-Fi 6. So hat man einfach noch eine bessere WLAN-Konnektivität. Und bezüglich der Akkukapazität gibt es hier auch noch etwas Neues. Und zwar wächst der iPhone 16 Akku so ein bisschen an auf 3561 mAh. Allerdings, der 16 Plus Akku, der schrumpft. Komischerweise, ich verstehe bis heute nicht, warum das höchstwahrscheinlich so sein soll. Von 4.383 auf 4.006 mAh. Keine Ahnung. Also, mal gucken, was Apple sich dabei gedacht hat und ob es wirklich final so ist. Aber der Akku an sich soll jetzt auch gestapelt sein. Also ein gestapeltes Design. Hat zum einen den Vorteil, dass weniger Platz benötigt wird. Somit könnte man auch halt mehr Kapazität verbauen. Wie gesagt, wir haben gesehen, es ist irgendwie nicht ganz so. Und der Akku soll schneller aufgeladen werden. Bis zu 40 Watt über Kabel und 20 Watt über MagSafe bei den 16er Modellen. Das finde ich auf jeden Fall auch ganz praktisch. Und dann bekommen wir natürlich auch Apple Intelligence. Das ergäbe es so bei den 15er Modellen nicht. Bei den 16er Modellen hingegen schon. Allerdings bei uns in Deutschland vorerst erstmal nicht. Mal schauen, was da so die Zeit bringt. Aber dann kommen wir zu den 16 Pro Modellen. Denn hier tut sich auch einiges. Zum einen natürlich die Farben. Darüber habe ich auch schon in den letzten Wochen immer drüber gesprochen. Und auch in diesem Video. Und da soll vor allen Dingen ein neues Grau dazukommen. Und ebenfalls dieses Gold, was ich schon mal angesprochen habe. Ich muss sagen, das Grau ist mein persönlicher Favorit. Und das Display, das wird jeweils größer um 0,2 Zoll. Von 6,1 auf 6,3 beziehungsweise 6,7 auf 6,9 Zoll anwachsen. Die Abmessungen werden aber gar nicht groß anders. Ich habe auch schon Cases hier für das iPhone 16 Pro Max. Und wenn ich das mal so vergleiche mit dem aktuellen Modell, dann ist es fast identisch. Es sind wirklich nur einige Millimeter. Liegt unter anderem daran, dass wir jetzt dünnere Displayränder haben. Bei der iPhone 16 Pro Serie. Und zwar haben diese beim iPhone 16 Pro 1,2 Millimeter. Beim iPhone 16 Pro Max 1,15 Millimeter. Ihr seht links im Vergleich zum 15er Modell, wie das Ganze hier noch so ein bisschen kleiner oder schmaler geworden ist. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und hier haben wir ebenfalls auch das hellere OLED Display. Was energieeffizienter ist, heller ist. Und ja, ich hoffe dann auch akkutechnisch ein paar Vorteile hat, damit die Akkulaufzeit so ein bisschen besser ist. Und hier sollen wir dann auch den sogenannten Capture Button bekommen. Das ist einfach ein Button, der sich unterhalb des Power Buttons befinden soll. Und dieser soll drucksensitiv sein. Darüber kann man zum Beispiel den Fokus einstellen. Oder halt auch ein direkten Foto machen, Video machen, vielleicht zwischen den Linsen switchen. Also da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Auch bei der Kamera soll sich natürlich einiges tun. Bei der ultraweitwägigen Kamera sollen wir jetzt 48 Megapixel bekommen, statt wie vorher 12. Sorgt einfach natürlich nochmal für eine bessere Qualität. Und bezüglich der Videoaufnahme, hier sollen wir jetzt beim 16 Pro auch die Möglichkeit haben, dass wir 3K Video bei 120 FPS aufnehmen können mit Dolby Vision. Also falls ihr ein bisschen Slow-Mo mäßig unterwegs sein möchtet, habt ihr hier noch so ein paar mehr Vorteile. Und außerdem soll auch das JPEG XL Format dabei sein, was einfach für gerade größere Dateien geeignet ist, um sie auch verlustfreier darzustellen und so weiter. Das soll jetzt kein anderes Format ersetzen, was wir jetzt aktuell schon bei den Fotos haben. Soll einfach nur zusätzlich angeboten werden. Verbraucht wahrscheinlich dann noch so ein bisschen mehr Speicherplatz. Also man kann das, denke ich mal, dann auch wieder auswählen, wie auch jetzt schon. Und beim optischen Zoom, da bekommen wir jetzt beim normalen 16 Pro auch den fünffach optischen Zoom. Und ich hoffe auch, dass sich der Telesoom beim Pro Max nochmal so ein bisschen verbessert. Wäre ganz cool. Aber ja, vielleicht haben wir auch beides mal jeweils den fünffach optischen Zoom. Und hier haben wir natürlich dann auch Apple Intelligence mit am Start. Beim iPhone 16 Pro haben wir noch so ein paar mehr Features exklusiv als beim iPhone 15 Pro. Welche das sind, kann ich aktuell noch nicht genau sagen. Das werden wir dann auf der Kino höchstwahrscheinlich sehen. Aber auch hier der Hinweis für Deutschland, Europa erstmal. Ja, so ein bisschen Geduld gehört noch dazu. Auch hier bekommen wir natürlich den A18 Chip. Hier allerdings die A18 Pro Variante, die nochmal so ein bisschen mehr Power hat. Auch vor allem Grafikpower gehe ich mal von aus. Und hier ist dann auch WiFi 7 mit am Start. Statt wie vorher WiFi 6E. Also ist man nochmal so ein bisschen besser hinsichtlich der Konnektivität unterwegs. Und auch bezüglich des Q-Systems soll das beim iPhone 16 Pro nochmal verbessert werden. Denn aktuell muss ich sagen, wird mein iPhone hier auch schon manchmal echt ziemlich warm. Und ich hoffe, dass sich das beim 16 Pro nochmal ändert mit der Graphen-Hitzing. Wäre auf jeden Fall besser. Und da bin ich mal gespannt, wie sich so der Alltagstest hier, ja, was der Alltagstest so ergibt. Und auch hier sollen wir natürlich die iPhones dann schneller aufladen mit 40 Watt über Kabel und 20 Watt über MagSafe. Und auch hier kommt natürlich auch das gestapelte Batterie-Feature ebenfalls zum Einsatz. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Bezüglich der Akkukapazität, auch hier wird sich das jeweils verbessern bei beiden Modellen. Gerade beim Pro Max Modell haben wir hier so über 200 mAh nochmal mehr. Gerade mit dem verbesserten Prozessor und mit dem besseren Display hoffe ich, dass die Akkulaufzeit dann bei den Pro Modellen hier gerade nochmal wirklich effektiv besser wird. Das sind also jetzt die vermeintlich wichtigsten Features, die wir jetzt sehen werden. Und die Unterschiede habe ich euch jetzt hier nochmal gezeigt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ist es ein wirklich wieder krasses Update oder sagt ihr, ja, ziemlich langweilig, juckt mich überhaupt gar nicht. Bin auf eure Meinung gespannt, wie immer. Könnt alles in die Kommentare schreiben. Und damit sehen wir uns auch schon wieder beim nächsten Video. Wie gesagt, abonniert gerne den Kanal, dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.